hallo herzlich willkommen auf meinem youtube channel jetzt sehen mich jetzt oder hier sind genauso die deutschen platz also viele deutsche genau so ich kann es euch hier zeigen ja das ist eine grüne leuchtet hier ist hier ganz dahin eke so sieht aus ein renger ganz nagell neue inzwecke wir sind weit weg weg kommen wieder schönes ort ein sehr liebst sehr schön sehr warmes lot ein ecke wir sparen jetzt gerade noch ich mache ein paar bilder für euch auf instagram die deutschen die reichen leute ein paar standort thailand kala rad yada island baleras ispanien also mallorca das ist ein paar bilder so ein paar bilder Es ist nicht alles, was ich? Es ist alles. Es ist alles. Es ist alles. Es ist alles. Es gibt die Fische in der Lande hier. Auch mein YouTube-Channel. Viele Videos gespeichert. So sieht es aus. Viele Videos für euch. Oftmals gefällt es euch. Immer noch Rekordiere ich für euch. Video. Ganz nahe Neustadt. Für mich. Erstmal hier gekommen. Erstmal ganz weg. Ich bin da ganz oben. Eckenseite. Aberta. Allee. 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 Spanien, Spanien, alle sind da. Ich bin in der ganz oben in der Inselwecke. Was passieren heute noch? Ich fahre noch länger nach dem Hotel. Ein 7er gemütiert heute. Da muss ich noch was fahren. Das sind Meadows hier. Ich habe ein paar Austauschland Kanzerken gelesen und gesehen. Wir laufen herum, das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Ich bin in der Valle der Inselwecke. Da ist ein Schiff. Ich bin in der Valle der Inselwecke. Ich bin in der Valle der Inselwecke. Es ist auf der Rechtschritte, ich denke. Und dann? Was? Motobot, ohne Bootführerschein. Das weiß ich. Kann ich hier rausgehen? In Deutschland kommt. Das ist ein Scherz. Auf die Mini Lecke. Das ist ein Scherz. Hier. Es ist ganz schön hier. Hier ist ein Haus. Hier ist ein Haus. Jo!